Ich bin Verbundkoordinator für das Verbundprojekt World. World steht für Wirtschaftspädagogik und ökonomische Bildung, Lehrkräftebildung und Unterricht digital. Wir sind Teil vom Kompetenzverbund Lernen Digital, welches letztes Jahr an den Start gegangen ist. Ziel von unserem Projekt ist der Aufbau von digitalisierungsbezogenen Kompetenzen bei angehenden und praktizierenden Lehrkräften aus dem berufsbildenden, aber auch aus dem allgemeinbildenden Schulwesen. Bei der Arbeit von unseren 14 Teilprojekten und 14 Hochschulstandorten, die im World involviert sind, entstehen eine ganze Reihe von Unterrichtsmaterialien und Lehr-Lern-Materialien, auch für Lehrkräfte selbst. Und diese werden wir als Open Educational Resources sowohl auf Mundo und auf der Plattform komplett ablegen. Wir hoffen, dass wir damit eine ganze Reihe von Stakeholdern zur Mitarbeit bewegen können, insbesondere aus der Bildungspraxis, aus der Lehrerbildungsforschung, aus der Wirtschaftspädagogik und der ökonomischen Bildung.